Wo? Von hier? Ne, ich will ja keine Doppel-Tier. Oh, oh, hä, wo bin ich jetzt hier gelandet, Alter? Wo? Hey, guck mal hier. Oh nein! Das war... äh, Rotpitz. Geil. Yo, 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 yo. Was geht? Mit hier im Spiel am Start. Was geht? Ich kann Robbif Detect spielen, meine Freunde. Und Klimm hat heute Folgendes für mich vor. Klimm-Bericht, was möchtest du machen? Ja, ich möchte nicht, ich werde gezwungen... Interessiert mich nicht. Halt's mal. Sonst wein' ich wieder. Ja, cool. Besser ist das. Okay, ich werde gezwungen, äh, oh. Runterzufallen, von Revi hier das Ding in die Tür. Diese Türe da. Cool, äh, erzähl mal was Relevantes. Ah, okay, kannst du nicht. Cool. Cool. Korrekt. Halt mal bei Klimm vorbei. Ich hab übrigens meinen Shader angemacht wieder. Echt? Der ist wieder an, ja. Wenn ihr das mal sehen wollt, ne, wisst ihr was abgeht. Nein. Wir werden natürlich heute mein Haus weiter gestalten. Äh, das wird jetzt die Tage weiterhin so laufen, dass ich mein Haus ein bisschen gestalte. Äh, ja... Klimm baut mir oben eine schöne Pistentür und ich kümmere mich mal ein bisschen um mein Wohnzimmer. Ich muss grad noch nachgehen. Äh, ich hätte mir noch eine Pistentür selber bauen können, aber Klimm ist da deutlich schneller als ich, weil ich immer wieder rumprobieren muss, wie das Ganze funktioniert. Von daher, hier Klimm hast du Pistens. Sechs Stück an der Zahl. Cool. Äh, das hier kannst du, genau, das hier kannst du auf jeden Fall zubauen, weil den halt nutzt dieses Treppenhaus gar nicht mehr. Der einzige, der das benutzt hat, war ich. Der ist ein bisschen abgehoben. Oh, da ist Petrit, Alter. Ja, direkt töten. Ach, Quatsch, ich muss ja noch einen in die Breite gehen, wenn ich blöd. Fällt mir grad mal auf. Oh. Was machst du jetzt schon wieder mit Petrit? Haust den schon wieder kaputt, den armen Jungen? Petrit will Krieg, Petrit will Krieg. Petrit will Krieg, der will immer Krieg. Der will immer nur Streit. Der will... Der will einfach Krieg, die Missgeburt. Packt. Und danach Krieg. Ja, aber Revi läuft auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall. Ja, ich bin grad, ich bin grad, ich bin auf jeden Fall gerade hier wieder. Ich hab Angst, dass dieser Albana wieder was klaut. Der ist wieder... Oh, ein Ranger. Raus. Ah, ich weiß, wie ich das einfach... Ausverbot, raus. Kein Problem. Ausverbot. Raus. Ihr seid manchmal so behindert, ne? Das ist unglaublich. Ja, der soll aus meinem Haus raus. Der klaut wieder irgendwas, der Albana. Ihr seht das schon. Der rennt hier wieder rum und hat wieder irgendwas vor. Der plant wieder irgendwas in seinem Kranken gehören. Guck da. Der will... Der verarscht mich. Raus. Da unten an. Wo seid ihr denn überhaupt? Unten. Ne, 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 du... Unten von den... Ey! Du kommst ran, dann kassierst direkt einer. Eindrink. Sag, ich bin Handwerker hier. Er ist... Leck. Ich muss Rohre verlegen bei Revi, Alter. Hast du... Hast du... Er muss... Nein. Ich hab doch grad gesagt nicht. Das ist daran nicht zu verstehen, Klim. Wenn ich sage nein und du sagst, mach das in die Kommentare bei mir. Ist doch Blödsinn. Denk doch mal mit mit deinem Affengehirn. Ne. Heute leider nicht, Alter. Heute überhaupt nicht. Ich glaube, ich mach oben tatsächlich die Bühne aus diesem dunklen Holz, weil das irgendwie besser aussieht. Warte mal. Ähm. Ja, und natürlich werde ich mir da auch irgendwie was ausdenken, dass ich mir da oben... Am liebsten nenne ich natürlich jemanden mit... So'n Zombie mit Name-Tag. Hast du Sticks? Na ganz kurz, hast du... Ah, ich kann mir selber Sticks machen. Mach doch, Alter. Ohne Witz. Lass mich doch in Ruhe. Halt doch mal in der Maul, Alter. Du bist hier der Elektriker. Du rechnest später Material und alles. Gammelst dann bei mir. Was ist denn los mit dir? Genau. Ich sollte echt Material abrechnen. Scheiße. Ich bin dumm. Kann ich... Ne, kann ich nicht. Kann ich wieder Holz zurück craften, ne? Nein. Ah, scheiße. Was für ein Holz brauchst du? Dieses ganz dunkle, dieses äh... ganz dunkle. Ja, ich bin nett. Guck hier. Mehr? Wie viel ist das? Okay, reicht. Mehr hab ich nicht. Okay, jetzt kannst du dich weiter verbuddeln. Geil, korrekt. Vierlich. Gut, wir werden hier auf jeden Fall so'n bisschen was im Haus werkeln. Zwischendrin mal ein bisschen über Themen reden und ähm... Ja, meine Freunde. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, Webvideopreis hat's bei mir dank euch nicht... Nein, Spaß. Äh, Webvideopreis hat leider dieses Jahr nicht geklappt. Könnt ihr aber nichts für. Äh, natürlich ist es auch schwierig gegen Leute wie Dena und sowas da irgendwas zu reißen. Weil die natürlich ne ganz andere und viel größere, was halt andere nicht, aber wahrscheinlich ne viel größere Fanbase einfach haben. Deshalb ist es da fast unmöglich gegen anzukommen. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall froh, trotzdem unter die letzten 10 glaub ich, äh, gekommen zu sein. Boah, ich brauch Cleanstone, gib mir Cleanstone. Und... Die Fresse, Mann! Warum brauchst du unbedingt Cleanstone? Für Repeater. Wer kannste denn da machen? Lass mich in Ruhe. Halt doch dein Maul jetzt. Rucht der Kohle oder sowas zusammen? Achja, willst du das mit nem Schalter machen oder was willst du da hinbauen? Wo ist der? Ja, am liebsten, ne? Korrekt. Mit nem Button oder mit nem Schalter? Mit, mit nem Schalter. Ist doch egal. Am liebsten mit nem Hebel halt, damit ich die dann da rauslusten kann, die Noten, weißt du, wenn's dann soweit ist. Ja, kannst du aber auch mal mit nem Button machen. Wo hast denn du hier? Gib mir doch Cleanstone jetzt. Ja, such dir doch was, Mann! Wie unfähig bist du, Kerl? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Du hast überhaupt keinen Cleanstone hier. Was ist denn los mit Klüm? Was ist denn los mit dem? Was ist denn... Was ist denn los mit dem? Waja, aber du hast so viel Scheiße, aber keinen Cleanstone, ne? Gib dir gleich Scheiße in dein Gesicht, du Penner. Dann nehm ich jetzt Stone und nehm Kohle von dir und mach mit Cleanstone. Wichser. Ja. Ja. Also diese Bühne sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Kasperl ist ja alles so kleines. Hinten den Raum leg ich schon mal mit roter Wolle aus, weil weiße Wolle passt da irgendwie nicht, weil... Wobei, weiße sieht man die Flecken nicht dran. Ach, egal. Machen wir erstmal hier rote Wolle rein, damit das hier schön, puffig, nuttig aussieht und, ähm, sich diverse Frauen auf der Wolle vergnügen können. Ich komm auf jeden Fall dann mal vorbei, ne? Wenn das fertig ist. Und, ähm... Wie bitte? Wenn eine Öffnung ist? Jaja, auf jeden Fall. Dann bist du bescheuert, du bist der Handwerker. Als ob ich irgendwelche x-beliebigen Handwerker zu meiner Pufferöffnung einlade. Ne, ich bin auf jeden Fall am Start, alter. Nö. Das Stadtbordell, das Stadtbordell hier oben, das ist nur für die Coolen. Und Petrit. Und Petrit. Für die Coolen und Petrit. Und Mark. Aber Mark scheiß in den Pool. Was? Mark ist cool. Nö. Okay. Wie Nö. Nö, ist er nicht. Doch. Ne. Alter. Klim. Ja, was denn? Halt's Maul. Okay. Hier kommt nochmal so ein großes Sofa hin. Das ist total schwierig jetzt hier. Mh, Mann. Mensch. Hä, was ist das denn hier? Hä? Oh, ich hab mir noch einen Pisten gefunden, Klim. Einen Sticky Pisten sogar. Ich hätte einen weniger craften müssen. Egal. Dicke, egal. Wer's hat, der hat, wa? Wer hat, der hat, jünger. Den kannst du jetzt benutzen für irgendwelche anderen Türen. Oh. Die einen Block groß sind. Ja, geil. So eine Falltür zum Beispiel, ne? Aber warum baust du denn hier... Oh, Alter. Was denn? Bau doch hier kein Zeppichchen, du Hund. Hat deine Schnauze. Arbeitest du vielleicht mal klim? Ja, mach ich doch gerade. Ja, ich glaube nicht, ne? Doch. Ich seh dir jetzt nicht, dass du irgendwas tust. Immer dieser Revinzeit, Alter. Ja, ganz ehrlich. Ich bezahle dich als Handwerker, weißt du? Mhm, ja. Und dann bist du scheiß faul und machst nichts. Du bezahlst mir gar nichts, Alter. Du bezahlst mir überhaupt nichts. Das müssen die Leute ja nicht wissen. Du kannst aber nicht sagen, ich bezahl dir das. Und dann bezahlst du mir das gar nicht, Alter. Natürlich kann ich das sagen. Eigentlich brauch ich die Repeater gar nicht. Was wollte ich denn jetzt? Mann. Hallo? Hi. Was soll ich jetzt machen? Bring mir mal Redstone. Ähm. Ich weiß es nicht mehr. Nee, das wollte ich nicht. Kannst aber trotzdem mal machen. Orange gefärbter Lehm. Ich hab doch noch... Wie färbe ich denn Lehm, Alter? Eieiei. So ein Sofa zu bauen ist gar nicht so einfach, meine Freunde. Da haben wir hier noch gebrannter Lehm. Ist das hier? Jetzt kennst du auch... Jetzt weißt du auch warum das bei Ikea immer so teuerer ist, Alter. Blim hat die Schnauze, ja? Nö. Entschuldigung. Wie, nö? Was, nö? Entschuldigung, hatte gerade Tourette. Ich weiß, ich kenn das noch von damals. Genau, wer das nicht weiß, Blim und ich kennen es schon was länger. Wir haben damals den Kanal Rewindm... 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 Beschrieben gemeinsam und... Ja, der war minder oder weniger erfolgreich. Und äh... Da gab es so schöne Formate wie Tourette-Tag und so. Tourette-Tag. Tourette-Tag. Ha! 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 Tourette... Ha! Ha! Tourette-Tag, Alter. Wo willst du den Hebel haben, Alter? Guck mal hier, die... Die Band-Couch. Was? Wo willst du hier den Hebel haben zum Öffnen? Äh... Hier. Da. Da? Ja! Okay. Hicker. Klim, hier muss noch ne Geheimtür hin, ne? Wo muss ne Geheimtür hin? Hier. Korrekt mal. Hier muss so ne... So ne Geheimtür, die auch wirklich mit der Wand bündig schließt dann, ne? Jaja, das krieg ich hin. Da machen wir aber dann in der nächsten Folge, wenn überhaupt. Nö. Halt's Maul. Halt's selber dein Maul jetzt. Hör auf, sonst nehm ich nie wieder zu Rettetag mit. Ich hab nur noch zwei Herzensschüsse. Drei? Jetzt nur noch eins, ne? Jetzt ein halbes. Okay. Nein. Glaub ich dir nicht. Oh, jo. Ich hab... Ja, weil... Ne, ich hab echt nur noch ein halbes. Aber meine Rüstung hat das... Immer nur noch ein halbes. Halt mal dein Maul jetzt. Hör doch auf. Doch. Du betrügst mich. Guck meine Folge. Guck meine Folge, wenn ihr sehen wollt. Jetzt hab ich ein Herz. Ja, also, ne. Ne, ne, ne. Doch, jetzt hab ich ein Herz, was ich gegessen habe. Und jetzt? Hörst du jetzt? Ne halbes. Glaub ich dir nicht. Doch. Au. Hör doch auf jetzt. Hör du doch auf jetzt. Ich mach doch überhaupt nichts. Was? Da guck da, der stirbt nicht. Hör auf. Hör du doch auf, Alter. Wie viel hast du jetzt? Ne halbes Set ist, lass es doch mal sein, Alter. Und jetzt? Eins. Hä, wieso machst du das? Ich mach doch überhaupt... Hä? Du schwastig. Du hast mich angelogen, du hast dich dort... Lol, deine alten Topfen grad einfach die Treppe runter. Ja, die haben Bock da drauf. Weil sie sagt doch... Nö, lass mal sein, bitte. Ich hab nur noch ein halbes Set. Was? Wie viel Herzen hast du? Mehrmals hast du mich hintereinander angelogen. Ich hab Ohrenkrebs, Alter. Ich versteh nicht, was du sagst, Alter. Ich wusste nicht, dass du davon stirbst. Na. Deine Sachen liegen da oben, ja? Ja, ich bin doch schon unterwegs, du kleiner Homo, ey. Brauchst du dann weiter? Nö. Richtig solle Frage. Hey, wo spawnst du immer? Ja, jetzt da unten, weil ich kein eigenes Bett hab. Ach, Alter. Ich hab nur noch 100 Herzen, hör auf. Ich hab nur noch 100 Herzen. Wo gehst du hin, du Affe? Weiß ich nicht, wo muss ich denn hin? Du retard, hier. Wo denn? Da, in das Loch. Oh, geil. Das ist lustig. Was? Nein, bitte nicht. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Was hast du da in der Hand? Du hast gelogen, du hast kein halbes Herz. Was ist das? Das war ein Block Wolle, der auf magische Weise verschwunden ist. Ich hab das gerade gesehen, der war irgendwie halbwegs unsichtbar. Klim hackt, raus aus Craft Attack. Ja. Klim Craft Attack, raus aus Hack. Genau. Wo ist denn jetzt der Weg? Alter, da. Ich mach mal wieder den Huso Place rein. So. Wenn ihr sehen wollt, wie Rewi seinen Shader anmacht, geht auf jeden Fall auf seinen Kanal. Lohnt sich. Ich glaub ich mach das hier nur eins nach hinten. Dann kann ich nämlich hier nur ne kleine Couch hin machen. Dann können diverse Leute natürlich auch die Live Show genießen im Modell der Revenside. Weil ich schwör, ich hatte 1000 Level. Wie viel? 1000. Ohne Scheiß jetzt. Nein, hast du nicht. Okay, 2000. Ich hab gelogen. Ja, das glaub ich dir eh. 1000 nämlich, weil man weiß ja, Klimm ist sehr produktiv. Wenn ihr sehen wollt, wie gesagt, wie er seinen Shader außen anmacht. Schaut bei DB2LP in die Folge. Da verweist ihr auf Klimms Folge, wie er seinen Shader anmacht. Ne. Sehr spannende Geschichte. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ne Klimm hörts mal, du hast mich angelogen. Du bist ein Lügner. Halbes Herz. Ne. Komm. Guck einfach mal ne Folge, Junge. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie Klimm ein halbes Herz anmacht. Halt doch jetzt deine Schnauze. Guck mal seine Folge, die ist das. So. Wie machen wir das jetzt hier? Wir müssen ja noch irgendwie ein Sofa hinklatschen, damit das hier ein bisschen wohnlich aussieht. Mach doch jetzt den Schalter dahin. Ich? Ja. Nö, kannst du selber. Hä? Mach doch jetzt so Arschloch. Mach du doch jetzt so Arschloch. Vielleicht integrieren wir das Sofa ja auch hier in die... Das ist natürlich jetzt schwierig. Hm. Wow. Natürlich ein bisschen schwierig jetzt, weil wenn ich das jetzt so baue, dann ist das natürlich direkt da dran. Boah, du isst ruhige Nudeln, ne? Bitte? Nix. Was? Ich esse so gern Nudeln? Du... Ja genau, du isst gern. Da. Was ist dein Problem? Da hast du jetzt ne Tür, guck. Schalter auf. Schalter zu. Das ist ein ziemlich hässiger Sofa hier, ne? Ja. Ja. Irgendwie... Warum stellst du das überhaupt da vorne hin? Bist du behindert? Ich weiß halt nicht. Mach das Sofa doch so wie da, das sieht doch gut aus hier. Ja, aber das ist eins dann... Warte mal, ich glaube ich mach's einfach so. Guck mal, das fällt dir eh keiner auf. Wenn ich das hier hinten einfach rein integriere, weißt du? Hä, hier brauchst du noch nicht mal ne Doppeltür. Du kannst die Pistens einfach von hier aus fahren. Wo? Von hier. Ne, ich will hier auch keine Doppeltür. Oh, oh, hä, wo bin ich jetzt hier gelandet, Alter? Wo? Hey, guck mal hier. Oh nein! Das war... Rotpitz. Geil. Du hast einfach seinen geheimen Raum... Ja, meine Freunde. Tim, du bist... Wow. Du bist ein richtiger Power Ranger. Warum baut der noch direkt daneben, Alter? Ne, dann lüfte du ruhig alle Geheimnisse von Craft Attack. Ist okay. Such doch mal hier den Schatz, den Sips der LP damals verbunden hat. Ne, Schatz, den... Weißt du Bescheid. So, das ist jetzt zugebaut, da sieht man jetzt nix mehr. Alter, mach das bitte wieder zu, Junge. Ja, lass es zugucken. Also, wenn ich das jetzt vor die Folge schneide. So. Chill. Ich glaub, Felix hasst mich jetzt einfach. Aber okay, der hat mich auch vorher gehasst. Ne, dich, weil du da sein Haus zu Recht zu dem gebrannt... Ja, mit Unrecht, Alter. Ne. Mit Recht. Recht Attack. Oh, hier kann man... Hier kann man da so chillen und dann die ganzen Nutten gucken, wie da im Dancen sind. Sehr chillige Angelegenheit auf jeden Fall. Jetzt hab ich so ein Sofa-Design und bau natürlich überall direkt Sofas hin. Klimm, bist du eigentlich geistig behindert? Mach das hier richtig. Ja, ich hol doch grad Stein, damit das keinem auffällt. Alter, du hast da einfach Büsche hingesetzt. Abgefuckter Retard. Damit das keinem auffällt, dass er durchgegangen ist. Ich bin jetzt interessiert. Was ist da jetzt drin, Alter? Sag ich dir nicht. Ist geheim. Sag ich dir nicht. Hallo. Okay. Klimm, ich sag's dir nicht. Ja, sag mir doch nicht. Ist okay. Du brauchst es um Fragen zu stellen. Ich hab doch gar nichts gefragt. Halt euch den Mund, Klimm. Okay. Klimm, ich sag das dir nicht. Ja. 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 Was soll man darauf antworten? Halt dein Maul jetzt, oder was? Das ist hier eins kleiner. Korrekt, ein Huhn. Lass das, das ist Hermann. Oh Mann, da ist gar keins gespawnt. Geh weg. Mach Arbeite. Los. Ich bin doch schon fertig. Womit? Womit? Mit Recht. Warte. Zeig, wo ist der Schalter? Und kommt meine Nutten. Geil. Jetzt hast du zugemacht. Jetzt hast du wieder aufgemacht. Jetzt hast du wieder zugemacht. Das ist sehr geil. Sehr geil. Super geil. Ja, da haben wir hier wohl unser kleines Türchen für die Nutten. Oh. Was? Hast du gerade meine Warte geklaut? Schon runtergefallen. Warum? Ja, ich dachte mir, kannst du mal versuchen. Gucken, was passiert. Hast du noch rote Wolle? Ja. Dann sagst du mal bitte wieder hier hin. Und dann haben wir jetzt quasi schon unser Tanzgemacht für die Nutten errichtet. Tanz die Nutten, der König hat Durst. Oder wie war das? Nee, Tanz die Nutten, der König hat Lust. Irgendwie sowas. Ja, Durst wahrscheinlich nicht. Ja, warum? Wenn der Durst auf Tanzen hat? Ja, okay. Ja, das stimmt. Das habe ich gar nicht mit darf. Das sieht auch gar nicht mehr edel genug aus. Hier ist noch ein Crafting Table in der Wand. Und Leute, Leute, es tut sich was in meinem Haus. Es wird echt sehr schön werden. Ähm, auch dieser Baum hier, den Klimm hier gebaut hat, gefällt mir gar nicht mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt, wir bauen weiter mal im Wohnzimmer mit mir. Und ja, Klimm, irgendwelche abschließende Worte. Außer, dass du dich vielleicht entschuldigst. Bei Rotpilz. So. Entschuldigung, Rotpilz. Ja, okay. Schaut auf jeden Fall mal Klimm vorbei, wie ihr das Geheimnis lüftet. Toll. Nee, mein Shader and Out is viel geiler. Ja, keine Ahnung. Klimm wird sich auf jeden Fall über ein Abo von euch freuen. Hab ich gehört. Keine Ahnung, ob ihr es jetzt macht. Ja, wäre cool eigentlich. Müsst ihr nicht, weil Klimm ziemlich erholen sind. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Das war's von Crafat. Schriftattack. Auf Wiedersehen. Tschüss.